Jetzt stürzt das BSW komplett ab und steht auf dem schlechtersten Wert seit Juni, seit der Gründung, seitdem sie in Umfragen teilnehmen und auch bei Wahlen sind sie auf dem schlechtersten Wert, sie sind komplett eingebrochen und zwar um bis zu 20% nochmal nach unten. Letztens hatten sie noch 12, 13, 14% in der heftigsten Umfrage, durchschnittlich waren sie immer so bei 10, 11%, jetzt sind sie nur noch einschlägig, jetzt sind sie noch bei 8%, dann haben sie in Umfragen schon nur noch bei 7%, also beim neuen Inser-Meinungsland sind sie jetzt bei 8%, also die bewegen sich immer mehr Richtung 5%-Hürde, auch immer mehr nach unten wie die Linke und das ist natürlich vor allem mit diesem Verrat an den Wählern zu erklären, wie man sich vor der Wahl alles offen hält und danach zum Beispiel gleich mit AfD eine Absage verteilt, da haben die Bürger endlich genug davon und die sagen auch mal ganz klar, das BSW ist keine Alternative.